Was ist los? Ja, frei von den Dämonen. Der Pfad ist frei, wir können herrschen. Was hast du gesagt? Der Pfad ist frei, wir können nun herrschen. Worüber herrschen? Über das hier. Über alles. Du meinst wie Mundus? Nein, nein. Wir werden nicht wie Mundus sein. Wir werden unsere Untertan respektieren, nicht für Sklaven. Untertan? Er meint dich. Er meint Menschen. Ich dachte, wir haben für die Freiheit gekämpft. Wir haben nur für seine Freiheit gekämpft, nicht deine. Häng doch mal einen Moment nach. Die Menschen sind schwach. Sie sind wie Kinder. Sie brauchen Schutz. Nicht nur vor anderen, sondern vor sich selbst. Wir, du und ich, wir haben sie gerettet. Wir haben sie gerettet? Wer sonst? Ein Mensch. Kat war hilfreich, aber... Hilfreich? Kat hat mein Leben gerettet. Kat hat Qualen überstanden, um deine Existenz geheim zu halten. Kat hat uns durch den Turm zu Mundus Versteck geführt. Ohne ihre Hilfe hätten wir es doch nie so weit geschafft. Wenn du nicht einsiehst, was für ein Chaos die Menschen verursachen würden. Wenn du nicht die Verantwortung annehmen willst, sie zu beschützen. Dann steh mir nicht im Weg. Ich werde alleine herrschen. Ich hab dir nicht geholfen, Mundus zu vernichten, damit du seinen Platz einnehmen kannst. Das werde ich nicht zulassen, Virgil. Und ich werde mich nicht aufhalten lassen, Bruder. Geh... ...zur Seite. Tu das nicht. Virgil bitte. Halt dich da raus! Dai... Dai! sem Applaus Sauber Das war's. Ja, und herzlich willkommen zurück, immer noch. Unser neuer Feind ist keiner geringer als Virgil. Virgil ist ein wenig mies. Ich kann den keinen Schaden machen, das ist schon mal... Ich weiß nicht, wer schlimmer ist, Virgil oder die Viecher von vorhin? Ah. Also müssen wir gegen unseren eigenen Bruder kämpfen, weil er die Menschen wie Mundus versklaven will. Ich kämpfe eigentlich gut direkt auf. Es tut mir leid, Bruder. Ich kann das nicht. Ah, kalp. Nein, das ist nicht so schön. Es ist noch nicht zu spät. So, ist es. 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 weniger. Da hat er aber einen sehr bösen Blick drauf gehabt. Und ja, das war's mit Devil My Cry. Und jetzt hat auch Dante seine vollen weißen Haaren. Wie auch in den späteren Spielen. Schönes Video, wo alles zensiert ist. Da haben wir nochmal die schönen Credits. Was soll ich da noch großartig zu sagen? Das Spiel ist Hammer. Ich find's richtig kast rein. Mundus hat seine gerechte Strafe erlangt, auch wenn es glaube ich keine richtige Strafe dafür ist, was er Dante's Mutter angetan hat. In dem Sinne. Da sind wir noch so schöne Entwürfe vom Spiel beziehungsweise das Spiel selbst. Die Zeichnungen. Nach allem hat's mir richtig sehr gut gefallen. Auch beim zweiten Mal durchspielen sind so Sachen gewesen, die ich vorher schon wieder vergessen hatte. Zum Beispiel halt, dass Virgil eigentlich nicht stirbt am Ende. Ich bin davon ausgegangen, dass er wirklich stirbt. Das sieht aber immer noch hartker cool aus, wenn die anderen mal richtig erspielen da. Bei mir war es ja mal relativ ziemlich oft dasselbe, aber das sieht doch Hammer cool aus. von dem Spiel aus. Ich bin davon in die Kommentare. Ich habe sehr schöne Spielvorschläge, wo ich sage, jo, cool, das würde ich machen. Einfach in die Kommentare. Wie es euch das Spiel gefallen hat, das wäre auch eine gute Idee. Auch mal in die Kommentare schreiben, was Verbesserungsvorschläge und alles mögliche. Ich meine, ich freue mich immer über Kommentare, auch Kritiken, was mich verbessern kann und alles. Ich finde die Videos gerade in dem Hintergrund lustig, da mit den Punktsystemen, wo wie sie die Charakter eigentlich animiert haben. Schon heftig. Was da eigentlich immer dahinter steckt hinter einem Spiel. Ja, was soll ich schon noch großartig dazu erzählen. Es ist nun mal wie es ist. Das Spiel ist Ende. Jetzt. Ich weiß gar nicht, ob ein Zusatzspiel damals rausgekommen ist, also ein Add-on oder DLC. Müsste ich mich gleich mal informieren. Momentan sind Steam-Sale-Wochen für Campcom-Spiele drin. Deswegen sollte ich gleich mal gucken, ob vielleicht gibt es ein Add-on für das Spiel. Also ein DLC. Und wenn das die Kampagne weitergeht, why not? Dann könnten wir sie eigentlich auch weiterführen. Wenn natürlich. Ja, auf jeden Fall vielen Dank für dieses wunderschöne Spiel. Das war wie immer ein Vergnügen. Auch das alte, ältere Devil May Cry Spiele waren schon richtig geil. Genial. Auch wenn wir da den vierten Teil wie den anderen gespielt haben. Vierten oder fünften? Vierten glaube ich war das. Da haben wir ja auch Neo gespielt. Das habe ich zwar nicht Let's Played. Habe ich leider nur für Xbox rumfliegen. Könnte ich mal gucken, ob ich das vielleicht auch mit einem PC kriege. Damit ich das halt auch Let's Playen könnte. Naja, weite Vorschläge halt immer ab in die Kommentare. Verbesserungsvorschläge sowieso, wie schon erwähnt. Und ein Danke an Campcom, dass ich auch das aufnehmen durfte. Ich sehe nicht, ich habe Campcom nachgefragt, ob ich halt die Rechte kriege, um dieses Spiel zu auf YouTube hochzuladen. Sie sagt mir, das ist in Ordnung. Ich darf bloß halt kein Profit damit machen. Das war alles. Aber ich würde ich auch gar nicht irgendwie in dem Sinne machen. Ich finde es gut, das Spiel. Es hat auf jeden Fall verdient, gut Let's Played zu werden. Vielleicht nicht unbedingt von mir. Ich bin nicht unbedingt der Beste. Aber was nicht ist, kann noch werden. Also wenn euch das Spiel gefallen hat, unterstützt die Entwickler und käuft das auch, weil es macht ein Heiden-Spaß. Zwar konnte ich nicht die ganzen Kombos auswendig. Ich hätte sie mir vielleicht ein bisschen besser einprägen können, damit ich leichter habe, am Schluss noch durchzukommen. Ja, nun habe ich nicht gemacht. Kam trotzdem gut durch. Relativ. Sind auch schon ein paar Mal gestorben, aber eher gegen Ende. Und so im Ganzen denke ich sind wir relativ gut durchgekommen. Die Credits laufen hier leider immer noch. Ich weiß nicht, ob nach den Credits noch irgendwas kommt. Deswegen warte ich noch ein bisschen. Könnte ja sein. Gibt es ja öfters so, dass nach den Credits irgendwas noch kommt. Irgendwas, so ein kleiner Teaser für das nächste Spiel oder irgendwas. Oder sie halt fortgesetzt werden könnte. Oder auch nicht. Oder doch. Oder auch nicht. Ja. Was soll ich denn noch großartig zu sagen? Wie viele Leute da mitgemacht haben ist heftig. Wenn ihr ja schon mal Devil May Cry gespielt habt, welches von welches von den Spielern hat euch am meisten gefallen? Das ist immer eine Frage, die mich interessiert. Schreibt es doch mal bitte in den Kommentaren, weil das ist wirklich immer ganz lustig zu wissen. Ich habe leider nur bis jetzt den vierten und diesen hier gespielt. Kann man ja noch alles ändern. The Unreal Engine haben sie also benutzt. Wie man auch in der Anfang sieht. It became inclusive all rights reserved. Ja. Ich hoffe, es ist gleich vorbei. Wissen wir es und dann ist ein Video auch endlich vorbei. Und ihr könnt euch was besseres anschauen. Oder was anderes. Hiernach habe ich schon ein Projekt. Das habe ich gestern mit einem Kollegen aufgenommen. Knapp von zwei Zweifeln. Sehr lustiges Spiel. Super Soundtrack. Aber es zieht sich endlos. Da hatten wir noch Probleme mit Aufnahme von mir. Weil die Aufnahme von Shadowplay von Nvidia nimmt halt keine Flash Games aber kleine Spiele nicht auf. er findet er nicht. Ich habe nicht auf die Idee gekommen auf Desktop auf nehmen zu spielen. So in dem Sinne, dass ich den Desktop aufnehme, weil das Spiel davor ist. Es kam am Schluss drauf, aber mir ist immer die Festplatte Folge gerödelt. Und ich habe mich immer geärgert, weil meine Aufnahme immer abgebrochen ist, so noch ein paar Minuten. das haben wir am Schluss hingekriegt, ist trotzdem ziemlich langes Spiel geworden. Und am Schluss waren wir leicht genervt. Ja, komm, kann man das beschleunigen? Ich weiß es gar nicht. Ich mag ja die Musik und alles, aber ich möchte auch langsam zum Ende kommen. Send to Destroy. Today we are Demons. Ah, das sind die ganzen Lieder. Ja. Ich frage mich, wie lange diese Credits gerade sind. Business Department Management Junior Business Das ist das. Okay. So. Nun aber. Ja. Erstmal. Ist uninteressant jetzt. Ein Punkt haben wir am besten übermittelt. Ja und jetzt. Fortfahren. Du hast Devil May Cry abgeschossen. Einen Modus freigeschalten. Sohn des Spalers. Neue Kleidung freigeschalten. Weißhaarige Land. Aha. So. Jetzt kann man gucken bei Extras. Erfolge. Konzeptzeichnungen zum Beispiel. Müssten wir ja jetzt ein paar neue haben. Aha. Achso. Ah hier. Da kann man die. Charaktere zum Beispiel. Dante. Achso. Na. Das ist richtig cool. Ist das jetzt egal. Komm mal schauen. Mit der Mütze da hinten. Da sieht Dante ein bisschen weiblich aus. Okay. Aka Rammstein und Rammstein Dante. Oh. Ich habe mich nicht all zu viel freigeschaltet. Jetzt haben wir hier noch Rückblicke. Rückblicke. Achso. So. So. Ein paar Bilderchen hier. Hintergrundwaffen. Seine beiden Lieblingswaffen. Die ist eine richtig schöne Zeichnung eigentlich. Wie gehört denn das Schwert. Also das sind nicht Yamato und auch nicht von Dante das Schwert. Verschiedenes Seltenes. Umgebung. Aber man kann dann ganz schön viel freischalten. Auf jeden Fall. Intro. Mit meinem besten ist das Statistiken. Na komm. Gehen wir noch mal auf Statistiken hier. Telfelsjäger. Da haben wir ganze 6 Stunden gebraucht. Für die ganze Aufnahme. Ne. Insgesamt 8 Stunden. Ah. Menschlicher Mode. Also da. 5 Stunden. 6. Telfelsjäger haben wir 6 Stunden gebraucht. Gesamte Spielzeiten sind aber bei 8 Stunden waren es insgesamt. Es könnten aber auch natürlich sein. Dass es. Pausenzeiten waren. Die ich rumstand. Während ich Essen war. Oder sonstiges gemacht habe. War nur gut. Das Spiel ist zu Ende. Ich verabschiede mich. Auf Wiedersehen. Und bis zum nächsten Mal. Euer Herr Wulff. Und habt noch einen schönen Tag. Oder Abend. Wie auch immer. Tschüss.